Audiokurs Anfänger Lektion 5 Ich kenne Berlin noch nicht so gut. It's Sunday. Es ist Sonntag. And Philip is excited. Er ist aufgeregt. Why? Warum? Heute trifft er Marie wieder. Today he'll meet Marie again. To meet. Treffen. He meets Marie. Er trifft Marie. Sie machen eine Tour durch Berlin. A tour through Berlin. They meet at Berlin's most famous site, the Brandenburg Gate, das Brandenburger Tor. Nearby, there are some more sites that you will hear about in the dialogue, the Potsdamer Platz. That's a popular area for going out. And the Siegessäule, the Victory Column. The Siegessäule is a large column that you can climb. It's topped by a golden Victory Angel. Before we'll listen in on their tour, here are the new words you will need to understand the dialogue. You will hear the English word or a short sentence. Then you will hear the German translation. Afterwards, you have a moment to say the German word or sentence yourself. After the pause, you'll hear the German word or sentence once more. Here we go. Los geht's! There you are. Da bist du. Da bist du. Too late. Zu spät. Zu spät. To take a photo. Ein Foto machen. Ein Foto machen. With the two of us. Mit uns beiden. Mit uns beiden. Können Sie bitte ein Foto von uns machen? To smile. Lächeln. Lächeln. I don't know Berlin very well yet. Ich kenne Berlin noch nicht so gut. Ich kenne Berlin noch nicht so gut. What are we going to look at now? Was sehen wir uns jetzt an? Was sehen wir uns jetzt an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. I'll ask. Ich frage mal. Ich frage mal. That's easy. Das ist einfach. Das ist einfach. To walk. Gehen. Gehen. Straight ahead. Geradeaus. Geradeaus. Through. Durch. Durch. Left. Links. Links. Conversation opener. Conversation opener. Tell me. Sag mal. Sag mal. How long have you already lived in Berlin? Wie lange bist du schon in Berlin? Wie lange bist du schon in Berlin? Not. Nicht. Nicht. Not so long. Nicht so lange. Nicht so lange. blöcke. Two months. Zwei Monate. Zwei Monate. One week. Eine Woche. Eine Woche. Do you like Berlin? Magst du Berlin? Ich finde Berlin sehr interessant. Es gibt viel zu sehen. Aber das Wetter mag ich nicht. Nicht sehr warm. Okay, let's do that. Gut, das machen wir. Hallo, Marie. Oh, da bist du. Bin ich zu spät? Nein, nein. Schön, dass du da bist. So, das Brandenburger Tor. Ja, ich finde, es ist sehr schön. Ja, komm, wir machen ein Foto. Mit uns beiden. Entschuldigung, könnten Sie bitte ein Foto von uns machen? Ja, sehr gerne. Lächeln. Super, vielen Dank. Ich kenne Berlin noch nicht so gut. Was sehen wir uns jetzt an? Vielleicht den Potsdamer Platz und dann den Checkpoint Charlie. Das klingt gut. Wo genau ist der Potsdamer Platz? Ich habe keine Ahnung. Ich frage mal. Entschuldigung, wo ist der Potsdamer Platz? Der Potsdamer Platz? Das ist einfach. Sie gehen hier geradeaus durch das Brandenburger Tor und dann nach links. Vielen Dank. Okay, dann los. Sag mal, wie lange bist du schon in Berlin? Noch nicht lange. Zwei Monate. Und du? Eine Woche. Magst du Berlin? Ja, ich finde Berlin sehr interessant. Es gibt so viel zu sehen, aber das Wetter mag ich nicht. Ja, es ist nicht sehr warm, oder? Sag mal, wo sind wir? Das ist doch nicht der Potsdamer Platz, oder? Nein, nein. Das ist die Siegessäule. Egal. Dann sehen wir uns die Siegessäule an. Gut, das machen wir. Let's now focus on some grammatical issues. In this unit, we are looking at negation. That is ways to say no. We will look at two different options. First, we will look at how to use nicht. That is the German word for not. Then, we will find out about the negative article. kein, meaning no. Okay, let's start with the word nicht. Nicht. Not. Listen to this sentence from the dialogue again. Aber das Wetter mag ich nicht. But I don't like the weather. Here, we negate the entire statement. In English, we have don't. In German, we simply add the word nicht to the end of the sentence. Let's try it out. You will hear a positive statement. Then, you have a moment to turn it into a negative statement. After a short pause, you will hear the correct answer. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir nicht. Ich mag Berlin. Ich mag Berlin. Ich mag Berlin nicht. Very good. Sehr gut. Now, listen to another sentence from the dialogue. Ich kenne Berlin noch nicht so gut. I don't know Berlin very well yet. In this example, only one part of the sentence is negated. This part is so gut. This time, nicht is not at the end of the sentence. Instead, it is put right in front of the part of the sentence which is negated. Nicht so gut. Not so well. Ich kenne Berlin noch nicht so gut. Again, let's try it out. You will hear a positive statement. Then, you have a moment to turn it into a negative statement. After a short pause, you will hear the correct answer. Das ist einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist der Potsdamer Platz. Das ist nicht der Potsdamer Platz. Du bist zu spät. Du bist nicht zu spät. Finally, let's take a look at what happens when you want to say no in German as in no idea. Be careful. This no is not the same as in yes or no, which is ja oder nein in German. The no we are talking about here works like an article. It is always put in front of a noun. Listen to this sentence from the dialogue. Marie said, Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. No idea. Keine. No. No. To say no in German, what we do is we use a form of the indefinite article. That is ein or eine. Remember? To make that article negative, we just add a K to the beginning. So then we have kein or keine. No idea. Keine Ahnung. Ahnung is feminine, so we take the feminine form of the article. That's keine. Let's practice. Again, you will hear a positive statement. Then you have a moment to turn it into a negative statement. After a short pause, you will hear the correct answer. Wir machen ein Foto. Wir machen kein Foto. Wir brauchen Brot. Wir brauchen kein Brot. Das ist ein Problem. Das ist kein Problem. Sehr gut. Very good. Back to Marie and Philip. Do you also have the feeling that they might be becoming more than just friends? In the next unit, we'll listen to Marie telephoning with her best friend. Let's hear what she has to tell. Let's hear what she has to tell. Be right. Now, I'm gonna show you that you love who changed the best friend's friend in the room. I don't know. This is a good one. We'll explain it. We're back. We're back. You're back. We're back. I love it. We're back. You're back. Vielen Dank.